Thema ist Shopping der Zukunft und wir sind noch immer am Pre-Day für das Internet Governance Forum am Montag. Und die Idee des heutigen Tages war zu sagen, wie hat sich der Handel denn bis jetzt, wie wird das Thema Internet of Things den Handel noch weiter verändern und welche Chancen und Risiken sind da drinnen. Wenn man sich anschaut, wie sich der Handel verändert hat, ich habe leider keine neueren Zahlen gefunden, die ich gratis verwenden darf. Ich verwende Statista-Zahlen aus dem Jahre 2013, aber man sieht sehr schön, dass sich seit 2008 innerhalb von fünf Jahren bis 2013 im Grunde genommen das Online-Geschäft verdoppelt hat. Das heißt, es sind viel mehr Personen mittlerweile unterwegs, die einfach Online-Shopping nutzen und übers Internet einkaufen. Und wenn man über Internet einkaufen redet, dann fällt einem natürlich Amazon ein. Amazon ist der Platzhirsch. Der nächst größere Online-Händler in Österreich macht ungefähr halb so viel Umsatz wie Amazon. Das zweite Thema, das da drinnen ist, ist auch, dass dadurch der Umsatz aus Österreich ins Ausland fließt. Weil Amazon ist natürlich ein internationaler Händler und auch andere Online-Händler sind internationale Händler. Nachdem die lokalen Geschäfte verlieren, der Online-Handel es dazu gewinnt, heißt es, dass wir in Österreich im Handel Umsatz verlieren. Eines der Themen, das auch da drinnen ist, ist, wenn der Handel, der stationäre Handel, die Geschäfte weniger Umsatz machen, dann werden sozusagen die Geschäftsflächen teurer. Weil ich ja natürlich weniger Umsatz habe, mit dem ich das Geschäft bezahlen kann. Und was Sie wahrscheinlich gelegentlich bemerken, wenn Sie durch Wien marschieren, ist, dass man immer mehr Geschäfte findet, wo draufsteht, man würde einen Nachmieter suchen. Das ist im Grunde genommen genau der Effekt, den man dort beobachten kann. Das heißt, in Wirklichkeit hat derzeit der Online-Handel einen riesen Einfluss auf die Handelsbranche insgesamt. Wenn man sich es anschaut, dann ist es aber durchaus so, dass online und stationärer Handel ja nicht getrennt zu beobachten sind und auch nicht nur getrennt anzusehen sind, weil in Wirklichkeit ist das immer etwas, das in der physischen, stationären Welt stattfindet, aber auch online stattfindet. Also zum Beispiel, was ein Klassiker wäre, ist, jemand geht in ein Geschäft, schaut sich was an und kauft es dann bei Amazon. Alle nicken, also jeder hat das schon einmal gemacht, weil dort kann ich es angreifen und dort habe ich halt den günstigeren Preis oder es ist dann bequemer, ohne dass ich halt irgendwo hinfahre. Das heißt, ich habe Interaktionen zwischen sozusagen der physischen Welt und der virtuellen Welt. Und es fängt oft an, dass ich halt Dinge im Radio oder im Fernsehen sehe, aber auch dort hat sich sehr, sehr viel verändert, dass gerade quasi die ganze Werbung in Wirklichkeit mittlerweile Facebook und Google sind. Das heißt, Facebook und Google macht den lokalen Medien massiv zu schaffen. Also früher hat sie die Tageszeitung über die großen, ganzseitigen Inserate in der Zeitung finanziert. Es scheuten nur immer weniger Leute Inserate in der Zeitung. Hat jetzt alles nichts Ursächliches mit dem Handel zu tun, aber hängt natürlich auch zusammen. Das heißt, dass die Medien jammern, dass sie sozusagen die Produktion der Contents nicht mehr finanzieren können, hat auch zu tun mit der Veränderung im Handel, nämlich dass die Werbung sozusagen viel, viel stärker auch online geworden ist. Und wir denken das als normale Anwender meistens nicht mit, aber Facebook ist ja nicht eine Plattform, damit wir unsere Freunde in Kontakt halten können, sondern Facebook ist die größte Werbeplattform gemeinsam mit Google im Internet. Das heißt, ich habe zwei Phänomene zu beobachten. Die Medien verlieren Richtung online und die Geschäfte verlieren Umsatz auch Richtung online. Und das Spannende ist auch, dass die Geschäfte, die Beratung, ein wenig durch Vergleich und durch Bewertungsportale ersetzt werden. Also ich war jetzt gerade in Amerika unterwegs, TripAdvisor, und klar, also ich schaue dort rein, was ist das netteste Restaurant in der Umgebung. Und das geht alles ganz online perfekt. Und das geht natürlich auch mit normalen Waren ganz perfekt. Und ja auch Amazon hat ja auch eine sehr, sehr große Vergleichsplattform dahinter, wo ich erstens einmal Preise vergleichen kann und zweitens einmal auch mir Feedback zu unterschiedlichsten Produkten holen kann. Also die beiden Dinge sind sozusagen zu merken und das schmerzt natürlich dem stationären Handel momentan ziemlich stark. Es ist aber ganz spannend zu beobachten, dass auch zum Beispiel Amazon in Amerika experimentiert damit, Geschäfte selbst aufzumachen. Warum passiert das? Also es gibt eine Geschichte, die der stationäre Handel sozusagen ganz toll kann, nämlich ich kann mir dort etwas anschauen, ich kann das angreifen, ich kann es fühlen, ich kann es schmecken, ich kann es anprobieren bei einem Grand. Das kann ich online nicht. Ich kann es ein bisschen sozusagen ersetzen mit Technologien, die wir nachher sehen, aber der Online-Handel tut sich damit schwer, dass ich die Dinge nicht angreifen kann. Für mich war auch immer einer der Hauptpunkte, wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann hätte ich es gern gleich sofort mitnehmen können. Beratung, da ist halt die Frage, wie gut die Beratungsqualität tatsächlich ist, weil Sie kennen es wahrscheinlich in Bauhäusern oder Mediamärkten, dort muss man immer die Verkäufer fangen und wenn man es dann gefangen hat, dann ist es auch sehr schwer, ihm etwas zu entlocken. Also wenn ich gute Beratung habe, dann ist das durchaus eine Unterscheidung, die ich im Handel haben kann. Und das Einkaufserlebnis. Wenn ich in die Shopping-City außer vor ins Multiplex gehe, einen Kinofilm schaue, vielleicht einen Kochkurs habe im Lebensmittelhändler, der mir zeigt, was ich mit seinen tollen Dingen machen kann, diese Dinge kann man der Online-Handel nicht verschaffen. Also dieses Nebenbei neben dem Handel. Einer der Punkte, den ich auch drauf gehabt habe, war natürlich auch die Bequemlichkeit, also das ist das, was bei mir dann immer schlagend ist, wenn ich jetzt aussieht, warum ich online bestelle, naja, ich will mich nicht mehr fortbewegen. Spannend ist eben aber, dass der Online-Handel dann auch sagt, ich setze nicht nur auf online, sondern ich bin auch auf anderen Wegen erreichbar und verfügbar. Das heißt, Beispiel, im Online-Handel haben über 50% der Online-Händler auch ein Ladengeschäft im Inland. Das heißt, man kombiniert es und das ist auch etwas, was man immer stärker sieht jetzt im Handel, dass sie diese Dinge vernetzen. Ich kann was online bestellen, abholen, ich kann was zurückgeben, wenn es nicht funktioniert, austauschen, Kundenservice kriegen. Also die Dinge ergänzen sich. Jetzt ist die Frage, was kann der stationäre Handel machen, damit der dem sozusagen auskommt. Und ein bisschen ist sozusagen das Thema Internet of Things etwas, auf das der stationäre Handel gerade anfängt, manche stärker, manche schwächer, seit einiger Zeit aufzuspringen. Was ist sozusagen das, was sich der Shopper wünscht? Ich will ein personalisiertes Verkaufserlebnis haben. Ich will nicht Dinge angeboten kriegen, aufgeschwatzt kriegen, die mich gar nicht interessieren. Ich will das kriegen, was ich brauche, das, was gerade zu dem Moment zu mir passt. Ich will eine Beratung kriegen, auch in dem Umfeld. Ich will die Informationen zu den Produkten kriegen. Also beim Mediamarkt, ein klassisches Beispiel steht durch, schauen wir was an. Der Berater kann mir auch nicht weiterhelfen. Das ist online ja besser. Und die Frage ist, wie kann man dem Konsumenten da helfen? Das zweite Thema ist, wenn ich in ein Geschäft gehe, ich will natürlich das Zeig haben, das ich mir eigentlich so vorgestellt habe, weswegen ich gerade ins Geschäft gegangen bin. Das muss etwas, das ich suche, dort verfügbar sein. Und wenn es schon eine These ist, was ich mir zuerst ausgesucht habe, irgendeine gute Alternative dazu, dass ich dort wieder aus dem Geschäft rausgehen kann. Das Schlimmste ist immer, wenn ich im Supermarkt reingehe, Freitagabend nach der Veranstaltung, die Frau wartet auf das Zeug, damit sie kochen kann und tut das Regal leer. Also genau diese Dinge sind zu verhindern. Die Informationen im Shop nutzen, eine der Möglichkeiten sind solche Dinge, die wir da stehen haben. Also Displays, vielleicht auch Geräte, die sozusagen mit Touch-Interface oder mit mir interagieren können, wo ich im Shop sozusagen Informationen real-time bekommen kann. Der Bildschirm, den ich ständig mit mir trage, ist natürlich mein Mobiltelefon und das ist natürlich auch zur Interaktion geeignet und ich kann natürlich auch Informationen für die Produkte von den Produkten aus dem Geschäft, Werbeeinschaltungen sozusagen, auf mein Gerät bekommen. Was auch spannend ist, ist, das Geschäft muss natürlich über mich lernen. Wie kann das Geschäft was über mich erfahren? Naja, es beobachtet mich. Erster Schritt, ich gebe euch einmal gratis Internet. Ihr braucht euch nicht einmal einbuchen mit dem Handy, aber ich weiß zum Beispiel aufgrund meiner Sender im Lokal sozusagen, wo ich mich gerade befinde. Wenn es euch einbucht, umso besser, kann ich noch mehr über euch lernen. Wenn ihr meine App verwendet, umso besser, weil ihr mir dann noch mehr Dinge verratet. Wenn die App fragt nach gewissen Dingen, die sie freigeschalten bekommen möchte, dann verratet ihr mir vielleicht auch noch, wer eure Freunde sind und was die alle tun. Bluetooth Beacons, ich kann so kleine blaue Dinger, können alle Farben haben, irgendwo hinpicken und wenn ich mit dem Handy vorbeigehe, dann weiß der, dass ich da bin und der zeigt mir genau die Informationen an zu dem Produkt, das dort in der Gegend gerade ist. Kann sogar böse sein und so ein Beacon zur Konkurrenz picken. Das heißt, wenn ich bei der Konkurrenz eine marschiere, weiß er, dass ich gerade dort bin. Gibt es übrigens ein interessantes Beispiel. Ich weiß nicht, aus welchem Land das ist, aber in einer Firma bieten sie sozusagen von 100% nach 0% zählend Rabatt an, wenn ich gerade beim Mitbewerb eine marschiert bin und je nachdem, wie schnell ich es schaffe, von seinem Geschäft in mein Geschäft zu kommen, kriege ich dann den Rabatt sozusagen für das Produkt. Also wenn ich es unter 100 Sekunden schaffe, habe ich vielleicht 10%, 15% Rabatt, wenn ich schnell unterwegs bin und ins Geschäft hineingehe. Videoüberwachung. Die Videoüberwachung denkt man ja immer langläufig dazu, dass die ja nur dazu dient, zu schauen, ob nicht einer was einsteckt. Aber mit der Videoüberwachung kann ich natürlich auch Gesichtserkennung machen. Ich kann zum Beispiel schauen, wohin meine Augen gerade schauen. Das heißt, ich weiß, dass mich das Produkt interessiert hat, weil ich es, weiß ich nicht, fünf Sekunden angeschaut habe, im Gegensatz zu den anderen Produkten, wo ich gar nicht hingeschaut habe. Also auch Kameratechnologie kann uns da einiges an Informationen zusätzlich liefern. Smartshelves, dass ich natürlich auch sicherstellen kann, dass im Regal was drinnen steht. Das Regal kann automatisch sozusagen schauen drauf, dass die Milch da ist und dass ich nicht um 18.30 Uhr hinkomme und alles an Milch ist ausverkauft. Das haben wir schon gehabt. RFID bezahlte Bezahlsysteme. Also mein klassisches Dafürhalten ist, dass die Geldbörse wahrscheinlich in ein paar Jahren obsolet sein wird und wir werden alles im Handy drinnen haben. Und ich werde mir dort aussuchen können, mit welcher Bezahlmethode ich bezahlen kann. Also Kreditkarte, Bitcoins, weiß nicht was. Suche ich mir einfach das Beste aus und mit dem zahle ich dann. Aber ich werde nicht mehr so wie jetzt eine Börse haben, wo ich nicht mehr weiß, wo ich meine Karten hinstecken kann, weil die einfach übervoll ist. Dynamische Preisgestaltung. Wir haben da oben so ein schönes Price-Deck mit, aber dann sieht man sie langsam auch in österreichischen Supermärkten auftauchen. Der große Gag dabei ist natürlich, dass ich die Preise zentral steuern kann und auch sozusagen tagesaktuell, von mir aus an Minuten aktuell, die Preise im Regal verändern kann. Ist natürlich auch eine große Gefahr dabei, weil ich kann die Leute damit auch veräppeln. Also wenn ich weiß, dass jemand mit einem Apple-Telefon beim Milchregal vorbeigeht, kann ich ihm natürlich den Milchpreis derer machen, weil er kann es sich ja leisten. Also solche Dinge sollte der Handel aufpassen, dass er sozusagen nicht seine Kunden veräppelt. Also da ist schon jemand, der einen Gedanken gemacht hat, dass das rechtlich bedeutet, ich habe mir das Geld für mich, zwei Euro und ich werde dann gemütlich durch das Geschäft und bei der Kassa steht dann vielleicht 3 Euro. Ja klar, also man ist ein Problem, ist natürlich nicht legal, also ich müsste den Preis kriegen, der ausgezeichnet ist. Das ist halt dann ein bisschen ein Beweisproblem, weil ich müsste es fotografieren und der Kassa dann sagen. Aber in Wirklichkeit kennt er mir mitverfolgen und er weiß, welchen Preis er mir angezeigt hat. Also das wird keiner machen momentan, aber es besteht natürlich eine Gefahr, auch bei solchen Dingen, dass man das ein bisschen übertreibt dann. RFID-basierter Diebstahlschutz, das heißt, ich habe das ja auch jetzt schon, dass wenn ich, ich weiß nicht, beim Pick und Glockenburg mit einem Level bei der Tieraussee marschiere, dann pfeift es dort und das geht natürlich auch RFID-basierend, aber damit kann ich natürlich auch mit den RFID-Tags, zum Beispiel da drüben, die selbst Checkout-Kassen, wo ich es heute drüber ziehen muss, der kann ganz genau wissen, was in dem Wagerl drinnen ist und die braucht das gar nicht mehr machen. Wenn wir über gesellschaftliche Auswirkungen philosophiert haben, dann würde ich mal sagen, dass zum Beispiel für Kassenkräfte das durchaus ein Thema sein kann, gibt es den Job in zehn Jahren noch oder wird sich die Kassenkraft zu etwas anderem entwickeln müssen? Die Frage ist zu was dann? Zu was dann? Also solche Dinge sind natürlich da, wo sich die, sozusagen die Gesellschaft verändert dadurch. Auch einer der Punkte, wahrscheinlich im Supermarkt nicht so spannend, aber Virtual Reality, wo ich sage, ich möchte bestimmte Produkte, die vielleicht im Laden gar nicht verfügbar sind, mir anschauen. Also eines der Beispiele, das es gibt, ist, ich gehe in ein Autogeschäft und ich konfiguriere mein Auto durch. Der Händler hat nie das Auto durchstehen, so wie ich es gern sagen würde, weil er hat ja nur eine gewisse Auswahl und es gibt fast unendliche Konfigurationsmöglichkeiten. Und dort ist natürlich Virtual Reality auch eine Möglichkeit oder Augmented Reality, dass ich mir halt eine Brille aufsetze und bestimmte Dinge angezeigt kriege, die sozusagen in die reale Welt dazugeblendet werden. Das heißt, ich schaue mir halt dann ein Auto an, das gar nicht existiert und ich konfiguriere dran herum, so lange bis es mir gefällt, dann sage ich bestellen und er druckt mir dann die Konfiguration aus und ich weiß dann ganz genau, wie das Auto ausschaut. Genau das sozusagen gibt es auch schon. Volvo hat das gemacht mit der HoloLens von Microsoft gemeinsam, indem man eben beispielsweise sich so ein Auto mal anschauen kann, wie denn das ausschaut. Also die Frage ist, wird ein Autogeschäft in Zukunft nur so ausschauen wie jetzt, dass ich eine Halle habe, wo quasi nicht 40 Modelle drinnen stehen, damit er mir zumindest das halbwegs sagen kann, wie seine Fahrzeuge ausschauen. Gebraucht natürlich, aber da ist es auch kein Konfigurationsproblem. Das kann ich dann zu Hause auch machen, aber bestimmte Dinge kann ich mir natürlich dort physisch ausschauen, das heißt, ich kann mir einmal, ich weiß es nicht, an 3er BMW ausschauen, wie er einmal so grundsätzlich ausschaut. Kann mir einsetzen, kann ihn spüren, kann ihn riechen, schöne frische Ledergeruch, wenn man das erste Mal im Auto drinnen sitzt. Also diese Experience kann ich zu Hause derzeit noch nicht haben, aber es zu erweitern sozusagen und diese Dinge zu spüren, das ist natürlich spannend. Augmented Reality, zum Beispiel Möbelkauf, auch ganz was Spannendes. Ich sitze zu Hause, sehe mein Zimmer und konfiguriere mir jetzt die Möbeln da rein. Also das sind Dinge, die derzeit, der Peter Max macht das ja mit seinen Küchen, wo man davor sitzt und er sagt, wenn er da jetzt was dazu tut, das kann ich mir natürlich direkt in meinen Raum dann anschauen. Solche Sachen. Eine Geschichte, die IoT immer wieder kommt, ist der Kühlschrank. Ich glaube nicht, dass es den so schon gibt. Das heißt, dass man quasi alles weiß, was da drinnen ist und das sich automatisch nachbestellt. Aber es gibt schon gute Ansätze dazu, nämlich eine App. Und zwar, wenn ich die Einkaufs-App mit meinem Kühlschrank sozusagen verbinde und die App weiß, was ich alles eingekauft habe, dann weiß die App auch, wann die Milch abrennt. Und es gibt auch mittlerweile schon solche Kühlschränke, die eine Kamera einbaut haben, wo ich dann vom unterwegs, weil ich habe natürlich vergessen, nachzuschauen wieder, nachzuschauen kann, ob denn im Kühlschrank noch was Bestimmtes drinnen liegt. Das sehe ich vielleicht nicht, aber ich weiß, ich habe noch zwei Milchpackling drinnen stehen. Ich baue nicht wieder einen Milchsee, wie ich es manchmal tue. Zweite Variante, ich glaube, das hat der Norbert in seinem Vortrag auch schon gehabt, ist natürlich die Kombination mit dem Dash-Button, den Amazon zur Verfügung stellt, wo ich halt dann beispielsweise eben das jetzt als eigenen Button hätte oder vielleicht eben auch schon in Geräte dann integriert habe, wo ich nicht mehr draufdrücke und sage, mir ist das Waschmittel ausgegangen und bitte besorg das oder schick das. Wie ist jetzt das große zusammenhängende Bild? Oder um Georges Frage zu beantworten, was hat das Ganze jetzt mit Internet of Things zu tun? Also in Wirklichkeit ist Internet of Things generell eine Reihe von Sensoren, die feststellt, wie sich meine Umgebung verhält, die stark miteinander vernetzt sind, die miteinander reden und kommunizieren und die mir helfen, sozusagen, sowohl mehr im Handel über meinen Kunden zu erfahren, OSA über meine Produkte und meine Lieferanten und Partner und auch über die Logistik. Das heißt, ich habe im Grunde genommen als ersten Schritt und das haben hoffentlich die meisten Firmen da, einmal ein ERP-System drinnen. Das ERP-System ist das System, mit dem ich meine ganzen Bestellungen mache, wo der Supermarkt schaut, dass er Cycle-Umpad geliefert kriegt, wo die Kasse draufhängt, wo ich weiß, wie viel ich verkauft habe, all diese Dinge passieren im ERP-System. Dann über die letzten Jahre ist noch CRM dazugekommen, Customer Relationship Management, da werden alle Daten gespeichert, die vom Kunden kommen. Und natürlich mit IoT wird CRM viel, viel wichtiger, weil natürlich muss das, was ich über Sensoren gemessen habe von meinem Kunden, was interessiert denn, alles sozusagen in einem System hinterlegt werden. Und jeder dieser Sensoren sammelt Kilotonnen Daten und auch einer der Sensoren sagt jetzt, dann ist einfach nur das Web. Also wenn ich im Web surfe und ich dort getrackt werde, sind das durchaus auch nur sensorische Daten, die ich über meinen Kunden sammle. Und das gehört alles in Wirklichkeit in einer Datenbank ein, wo ich einfach möglichst viel über den Kunden weiß. Und genau sozusagen diese Dinge werden dann alle in eine gemeinsame Datenbank gespeichert und dort kommt dann dieses böse Wort Big Data wieder zum Spiel. Oder auch das Thema Machine Learning, nämlich das Geräte selbst lernen von den Daten, die sozusagen da drinnen stecken und von dem aus auch Entscheidungen treffen. Und das ist sozusagen in der Mitte das System. Das heißt, wenn ich da feststelle über Sensoren, dass im Regal die Milch ausgegangen ist, dann wird mein ERP-System davon informiert, dann wird es rechtzeitig bestellen beim Lieferanten, der Lieferant wird den Logistiker beauftragen und ich weiß, dass der Lastwagen, der mir die Milch bringt, ungefähr 15 Minuten von mir entfernt ist und mit den drei Flaschen, die noch im Regal stängen, haue ich das noch durch. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass die Dame gerade in Richtung Milchregal geblickt hat, das heißt wahrscheinlich wäre ich in kurzer Zeit noch eine Flasche verkaufen. Und das sind sozusagen genau die Zusammenhänge da drinnen. Was heißt ERP? Enterprise Resource Planning, das ist im Grunde genommen die Betriebswirtschaft auf Deutsch. Also das betriebswirtschaftliche System, das ist das, was man heute im Normalfall schon verwendet. Das heißt, mein Tipp wäre für Firmen, die, sage ich jetzt mal, vielleicht kleinere Unternehmen sind und da noch nicht so gut aufgestellt sind, sich genau in der Richtung auch zu entwickeln, dass ich jetzt erst anfange, meine Prozesse quasi zu computerisieren, weil es gibt ja auch heute noch immer viele Firmen, die mit Zettel und Durchschlag arbeiten, sage ich jetzt mal böse, vielleicht ist es auch nur Word und Excel, aber das ist noch nicht IT unterstützt, klarerweise. Also auch wenn ich ein Zettel aus dem Computer ausdrucke, ist das nichts Besseres als eine Schreibmaschine. Und ich muss zuerst einmal da in diese Systeme investieren und dann kann ich den Schritt nach außen machen. Und als Unternehmen wäre ich schauen, was sind die Dinge, die ich einfach machen kann, wo kann ich die ersten Schritte in die Richtung setzen, dass ich ein bisschen mehr Daten kriege. Und in Wirklichkeit ist das ganze Thema beim Handel eigentlich nichts anderes als zu schauen, dass ich das, was die Online-Jungs die letzten zehn Jahre zusammengebracht haben, nämlich alles über den Kunden zu wissen, in der physischen Welt auch kann. Und da hilft in Wirklichkeit jetzt IoT dran, dass der Handel das kann, dass er wettbewerbsfähig wird zu dem, was online schon lange kann. Und wie gesagt, der Handel kann auch bestimmte Dinge, die online nicht kann. Und damit ist das natürlich auch ein Schwerpunkt, wo ich mich hinsetzen kann und schauen kann, dass ich das tue. Chancen und Risiken. Im Grunde genommen ist es für uns Konsumenten eine super Sache. Wir haben uns ja entschieden, online zu kaufen. Und wir täten ja nicht alle beim Amazon kaufen, weil uns nicht so gemütlich war. Und die Frage ist, was kann der Handel machen, damit er einfach sein Kundenservice dramatisch verbessert. Dass ich halt nicht in einem Baumarkt eine halbe Stunde noch am Verkauf versuche, der man dann erst nicht erklären kann, was das eigentlich jetzt ist und welche von den drei Maschinen ich jetzt nehmen sollte, für meinen Zweck. Also ich muss dramatisch versuchen, das Kundenservice und wie wir behandelt werden zu verbessern. Ich muss das Einkaufserlebnis verbessern, also das, was ich vorher gesagt habe, dass man das auch nicht nur als Reige, Regal greifen, Wager legen, rausgegehen, sondern das probieren ja die Baumärkte auch schon. Da gibt es einen Grillkurs, damit ich meine Webergriller verkaufen kann. Da gibt es einen Kurs, den ich anbitte, dass ich bestimmte handwerkliche Tätigkeiten dort erlernen kann. Damit kriege ich die Leute ins Geschäft, damit kann ich Dinge machen, die ich online nicht machen kann. Die Bequemlichkeit natürlich zu steigern. Ich bin immer wieder erstaunt über die Unterschiede, ich war gerade in Amerika, wenn ihr da unten im Graben zum Männleinemarschiert, passiert dort etwas, das sonst bei keinem Supermarkt in Österreich passiert. Wisst ihr, was das ist? Genau, in Sackerl-Turm. In Amerika ist das Standard. Du gehst im Supermarkt bei der Tierausse, bei der Kasse legst du das in deine Sackerlneine und fragen, die dürfen wir das zum Auto tragen. Kundenservice, Bequemlichkeit, Effizienz. Wenn ich jetzt sage, Kassa, es wird vielleicht in Zukunft gar nicht mehr notwendig sein, dass es bei der Kassa wäre es. Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, denjenigen, der bei der Kassa sitzt, damit zu beauftragen, mir zu helfen, das Klumpet in mein Auto zu bewegen. Solange es nicht ein Roboter tut. Effizienz, das ist natürlich immer die Gefahr für Jobs, weil Effizienz hast, ich brauche weniger Leute. Heißt aber natürlich auch, ich komme vielleicht mit weniger Lokalfläche aus. Miete am Graben ist extrem teuer. Je kleiner das Geschäft ist, desto besser, weil ich weniger Miete zahle, klarerweise. Und die Prozesse. Das heißt, wie geschaffen ist, dass dieses ganze Ding komplett durchgängig ist, ohne dass einer Sitz drei Durchschläge schreibt und das per Post irgendwo hinschickt, das gescannt wird und nachher wieder verarbeitet wird. Produktkonfiguration ist auch einer der großen Vorteile, die ich da drinnen habe. Was sind die Probleme, die ich drinnen habe? Ganz, ganz laut Datenschutz, klarerweise. Ich mag nicht, dass alle alles von mir wissen. Es mag sein, dass ich gewisse Produkte kaufen möchte, wo nicht jeder weiß, dass ich das gerade einkaufe. kann mich erinnern, als Jugendlicher im Supermarkt war es immer extrem peinlich, die Kondome zu kaufen, bei der Kassa dann vorbei zu müssen. Also jeder kann sich sicher was vorstellen, wo er sagt, ich will nicht unbedingt jetzt haben, dass jemand weiß, dass ich das Zeige jetzt kaufe, weil es geht niemandem was an. Meine Lebensgewohnheiten. Man kann ja sehr, sehr viel ableiten. Also in Wirklichkeit könnte ich vom Einkaufsverhalten auch ableiten, wenn wir gerade vorher beim E-Health-Thema waren, ob jemand gesund oder krank ist. Weil er verändert sein Einkaufsverhalten. Kunden zu verschrecken mit Technologie, mit Anwendungen, mit Überwachung, da muss ich einfach sehr, sehr aufpassen drauf, dass der Kunde nicht sagt, so jetzt renne ich davon und mache lieber was anderes. Das Sicherheitsthema, das wir vorher geredet haben, auch das ist ein großes Thema da, sowohl für den Händler als auch für mich selbst. Bezahlsystem ist das sicher, kann man nicht einmal was aus der Geldkasse abheben und das Thema Verlässlichkeit. Funktioniert das Ganze wirklich auch noch, weil es ja extrem viel komplexer wird. Damit bin ich mal durch. Eine gesellschaftliche Auswirkung, die ich vorher schon genannt habe, ist, die Jobs verändern sich, klarerweise. also Kassendame oder Herr war gerade vorhin angesprochen, aber natürlich sind es auch andere Dinge, die da passieren. Und wir können nur schauen, wie wir diese Technologien bestmöglich nutzen, damit wir in Österreich auch einen Vorteil haben. Wenn wir es nämlich schaffen, dass die Kunden vermehrt wieder ins Geschäft gehen und die Umsätze zum Beispiel physisch im Geschäft passieren, statt online, oder vielleicht Kooperationen entstehen zwischen Geschäften und Online-Händlern, wo ich dem Online-Händler bestimmte Services zur Verfügung stelle und einen Teil der Werkstöpfung in Österreich halte, sind das natürlich große, große Themen, und die ich habe. Damit bin ich am Ende und wir hätten noch ein bisschen Zeit, wahrscheinlich miteinander zu diskutieren. Mikrofon ist unterwegs. Dankeschön. Weil Sie das angesprochen haben mit, ich glaube, das war auch eine der Grundbefürchtungen in den 90ern des stationären Handels, waren ja an sich zwei Dinge. Das eine ist, die ganze Gewährleistungspflicht und das andere war ja mit dem Beratung. Ich finde, dass sich das mittlerweile sehr umgedreht hat. Also erstens einmal hat man, glaube ich, relativ bald bemerkt, wie, ich habe das auch ein bisschen am Fehler gefunden, dieses, vom Handeln, dieses Werben mit der Beratung, weil die Beratung eigentlich nie so richtig gut war, wahrscheinlich, sondern immer sehr eingeschränkt war. Aber mittlerweile sehe ich das und ich mache das auch selber, Leute beim Mediamarkt sonst was stehen mit dem Smartphone, sich vor den drei Geräten zu stehen, die man sofort haben will, weil man möchte nicht warten und sich eigentlich die Beratung voll aus dem Internet rauszuziehen und eben teilweise wirklich aus einer Amazon-Bewertung. Also ich glaube, das hat sich eigentlich schon total umdreht eigentlich. Also das war schon auch da, wo ich gesagt habe, man möchte natürlich die Informationen im Geschäft haben und ich glaube, das passiert überall dort, wo ich halt nicht so tolle Beratung habe. Es gibt natürlich andere Geschäfte, die sind ganz gut und toll drauf, von einer Beratung her. Also ich nehme jetzt ein schlechtes Beispiel, weil es ihn nicht mehr gibt und deswegen kann ich ihn auch gut nehmen. Der Ditech zum Beispiel war beratungstechnisch top. Dort haben sich die Leute ausgekennend und wenn ich eingegangen bin, der hat mir das bis aufs Gänze das Schräubchen erklären können. Also dort bin ich mir sicher gewesen, dass der Ditech-Techniker mich besser berät, dass wenn ich mir auf Amazon Kritiken durchlese. Das heißt, man muss immer unterscheiden, bin ich eigentlich in einer Lagerhalle, wo ich jemanden rumrennen habe, der die Regale vollschlichtet und der mir dabei auch noch die Dinge erklären soll, funktioniert nicht. und auf der anderen Seite spezialisierte Geschäfte, die sehr, sehr gute Beratung haben. Und dort ist halt die Gefahr, dass jemand dann beim Ditech bei der Tier eine rennt und beim Amazon kauft. Und die Frage ist auch dort, wie schaff ich, dass der Kunde sozusagen für die Beratung was zahlt. Das ist ein Riesenproblem, das der Handel hat. Und was das Problem der stationären Händler alter Kultur betrifft, habe ich den Eindruck, geht es eher darum, dass sich diese stationären, althergebrachten Händler jetzt auch dieser neuen Technologien bedienen. Weil letztendlich, wenn sich die stationären Händler mit den Online-Technologien ergänzen, indem sie zum Beispiel auch lokal einen Abhol-Online-Shop einführen, dann können sie alle Möglichkeiten nutzen, die die Online-Händler auch haben, mit dem Vorteil der lokalen Kundenbindung und mit dem Vorteil der Verfügbarkeitsinformationen. Weil ich persönlich, zumindest für meine Person, habe den Eindruck, dass es nur sehr wenige Waren gibt, die wirklich sofort haben. Es ist immer viel wichtiger, dass ich weiß, wann ich mit der Ware, zu welchem Zeitpunkt ich damit rechnen kann und was die kostet und vor allem, was die im Detail kann. Auch die großen Händler, die heute Elektronik, Händler vor allem, denke ich an Uhrenkonsorten, die im Regal heute technische Beschreibungen haben, die sind teilweise vollkommener Unsinn und teilweise sogar falsch. Daher ist diese stationäre Ausstellung von Geräten, die sie eh nicht unterscheiden, was von der Stange produziert wird, vollkommen hinfällig eigentlich. Ich glaube, ich habe es ja gesagt gehabt, also Ergänzen der beiden sozusagen Schienen sind wahrscheinlich sogar mehr als diese zwei Kanäle, ist für beide Seiten wertvoll. Es gibt beide Varianten, weil die Frage ist, wenn Amazon jetzt anfängt, zum Beispiel selbst Geschäfte aufzumachen, was sie versuchen derzeit zu überprüfen, sind manche, auch Universitätsprofessoren, die in Diskussion über das Thema sind, in zwei Fällen, ob das einen Sinn macht, dass Amazon weltweit jetzt tausende Filialen herausstampft, sondern ob man nicht mit lokalen Händlern besser kooperiert. Das heißt, sowohl das eine als auch das andere Modell ist sehr sinnvoll, kommt halt einfach auf die eigenen Geschäftsmodelle drauf an. Weil du gesagt hast, dir ist es nicht ganz so wichtig, ob du es gleich mitnimmst oder nicht. Für mich war zum Beispiel bei Dieter, ich kann es auch wieder sagen, weil es ihn immer gibt, eines der Kriterien, warum ich ihn verwendet habe, weil ich habe online bestellen können, ich habe Verfügbarkeitsabfragen von allen seinen Filialen gehabt und ich wusste, dass ich es eine Viertelstunde nachher in der Filiale abheben kann. Ja, aber auch wieder die Kombination, der Kombination über der Channels drüber, mir war in dem Fall die Beratung im Geschäft gar nicht so wichtig, wie zu wissen, dass wenn man die Festplatten eingeht, in einer Stunde in der Filiale einen Ersatz kriegt. Moment, Mikrofon kommt. Kleinen Umweg gemacht. Ich während Sie Ihrer Präsentation, die ich sehr gut gefunden habe und weil es die Kernthemen getroffen hat, habe ich mir gedacht, also überlegt, was stört mich, wenn ich im Geschäft einkaufe, am meisten. Und nachdem ich nicht sehr oft einkaufen gehe, habe ich mich ernst gestört, ich weiß nicht, ich brauche in jedem Geschäft einen Lageplan oder sowas, dass ich gezielt zu den Produkten gehe, die ich habe. Vielleicht wollen das manche Geschäfte nicht, dass die Leute sagen, ah ja, das könnt ihr die auch brauchen oder sowas. Das wäre für mich gut, beziehungsweise auch, wenn ich denke, meine Frau, die sagt, ich gehe zu den Bildern, da weiß ich, wo alles liegt, das wäre auch für die gut. Gibt es sowas, beziehungsweise das Zweite, weil, ja, da gefallen ist, die Produktbeschreibungen, wenn man auf diesem Zettel drauf einen QR-Code gibt, könnte man sich ja damit gleich die Produktbeschreibung anschauen, die sicherlich besser ist, als so von manchen Verkäufern. Zwei Antworten. Erste Antwort, gibt es sowas wie einen Geschäftefinder oder Produktefinder im Geschäft? Ja, manche tun so etwas schon und sowas fängt an. Was ich zum Beispiel in Amerika gerade erlebt habe, geht nicht ganz in die Richtung, aber ich war in einem großen Shoppingcenter, dort gibt es schon Apps, die ich mir runter installieren kann, wo ich sage, ich suche das Geschäft und wo ist denn das in dem Shoppingcenter? Er schickt mir auch dort auf die Apps sozusagen die Angebote runter und sagt, wenn du in dem Geschäft, was du eingekauft hast, kriegst du dort noch etwas gratis. Auch das könnte man ja mit Produkten machen, das heißt, damit ich die Leute wieder ein Glas schicke, sage ich schon, dein Produkt findest du dort, aber wenn du das nimmst, kriegst du das auch noch um 5% billiger. Das sind die Klassiker, die wir derzeit über die Gutscheine haben, natürlich. Aber wie gesagt, das kann ich mit einer Art natürlich viel, viel besser sozusagen unterstützen. Die zweite Frage war, kann ich nicht Produktbeschreibungen aus dem Internet kriegen? Da gibt es jetzt schon Apps dafür, weil jedes Produkt, wenn Sie da drüben auf dem Office-Off drauf schauen, hat einen Barcode drauf, das ist der sogenannte ERN-Code, der eindeutig dieses Produkt definiert. Und es gibt Apps, mit denen ich das Ding abfotografieren kann und da sagt man exakt die Produktbeschreibung dazu. Das sagt man, in dem Office-Off, das ist ein 100%iger Office-Off, der ist bio, ich weiß nicht was alles. Also das gibt es heute schon. Aber beim Mediamarkt haben Sie halt die Verpackung getötet. Natürlich. Da muss man sich am Mediamarkt mit der Produktbezeichnung nicht helfen, aber wenn man jetzt einmal in die Suchmaschine Ihrer Wahl, die Google sein wird, geht und dort das Produkt eintippt, wird man es sofort finden. Ja, aber wie gesagt, im Supermarkt funktioniert das schon sehr, sehr gut. Also auch wenn ich zum Beispiel Allergien und so solche Dinge, das wird heute schon abgedeckt, dass ich sage, wenn ich das jetzt fotografiere und ich bin rasend auf Nüsse allergisch, kriege ich diese Information. Ja, ich kann ergänzen zum D-Tag, der war nämlich vorige Woche bei der jungen Wirtschaft dabei, der Gründer und hat dann über sein Erfolgslägen gesagt. Der hat sehr gut mit seinen Großhändlern kooperiert, weil der hatte nicht wirklich alles online lagern, dem vor Ort, der hat nur gewusst, wann er das bekommen kann von denen. Und der ist eigentlich nur deswegen pleite gegangen dann, weil die ganzen Ausfallshaftungen so groß waren nachher dann von der Versicherung her, weil gemeint hat über Nacht, der hat sich nicht mehr stemmen können eben von der Lage. Also im Grunde genommen hätte es das noch lange weitergegeben, auf einmal hätte der viel mehr Geld beiseite legen müssen dann eben für Haftungen und das ging einfach nicht mehr. Klar. Aber ein gutes Beispiel eben. Ich habe gesagt, auch solche Dinge, Kombinationen, passieren ja jetzt auch schon, dass ich zum Beispiel in ein Geschäft reingehe, der hat das nicht lagern, sagt er mir, ich kann das aber morgen, kannst du das abholen da. Also das ist auch etwas, was sozusagen solche Dinge nutzt, wo ich halt einfach hergehe und den Kunden nicht aus dem Geschäft rausrennen lasse. Weil wenn der Kunde dann sagt, jetzt habe ich mich schon entschieden, für was, das hätte mir auch gefallen, Preis passt auch, aber jetzt kann ich es blöderweise nicht mitnehmen, dann wo landet er wahrscheinlich wieder auf Amazon, weil er geht frustriert aus, sucht das und bestellt es dort. Ich glaube, da war jetzt eine Frage, dann haben wir hier eine Frage und dann haben wir die dritte Frage. Sie haben das eben letzten Satz angesprochen, die Wertschöpfung, das ist mir persönlich ganz wichtig, weil wir brauchen ja die Infrastruktur, das wird ja durch Steuern finanziert und ich finde, das gehört eigentlich für mich noch vor, die Bequemlichkeit, weil wir profitieren alle davon, die ganzen Betriebe, alles siedelt ab, ich meine, und die zahlen ja fast keine Steuern, diese großen Firmen. Also, wenn Sie unser Prospekt von der Digital Society aufschlagen und da einschauen, steht da als einer der wichtigen Absätze drinnen. Das Problem ist, man kann das nur sehr schwer beim Konsumenten aufhängen, weil der Einzelne, der gerade jetzt einkauft, dem sind, ob der jetzt steuern zahlt oder nicht zahlt, ich sage jetzt einmal auf gut Deutsch wurscht, der sich, das ist billiger und er nimmt es dort, wo er es billiger kriegt, das ist irgendwie die menschliche Natur. Das Thema Steuergerechtigkeit ist wahrscheinlich etwas, das nicht nur auf Steuer bezogen ist, sondern grundsätzlich, allgemein, sage ich jetzt einmal, gleiche Spielregeln für alle. Warum kann ich mir das als Kreisler nicht richten, als großer Online-Händler schon? Und dort habe ich ein Spielfeld, das schief ist. Und bergauf, Beu spülen ist immer schwierig. Und das ist etwas, was ich glaube, dass wir kollektiv ändern müssen, wo wir alle miteinander sagen müssen, grundsätzlich hätten wir gern, dass das Gericht wird, das kann ich aber nicht an der Einkaufsentscheidung des Einzelnen aufhängen, weil der denkt immer nur, 57, 740, also 740, das gleiche Produkt. Also ich glaube, da sind wir einfach alle gefordert, dass wir uns darum bemühen, und ich glaube, das hat eh schon ein bisschen gefruchtet, weil die Diskussionen sind ja auch jetzt in den Medien, dass man sagt, das gehört einfach Gericht, weil das kann so nicht sein. Und das trifft die Wirtschaftskammer, das trifft aber auch die Konsumenten und das ist eigentlich ein gemeinsames Anliegen, weil die Wirtschaftskammer hat auch ein ganzer Haufen österreichische Unternehmen, die sagen, ich kann nicht bergauf Fußball spielen. Das geht nicht. Danke. Du hast zwar gebracht, einige Gedanken dazu, wie der stationäre Handel seine Situation verbessern kann, ich habe auch einen Beitrag zu liefern, wie der Online-Handel seine Situation verbessern kann, und zwar deswegen, weil ich bin vor kurzem oder vor einiger Zeit Opfer eines Identitätsdiebstahls geworden und bin draufgekommen, dass man bei drei, aber auch bei der Telekom A1 mit einer Passnummer seine Identität nachweisen kann, wobei die Leute die Passnummer gar nicht auf ausgegebenen Pass untersuchen können. Sie können nur feststellen, ob die Nummer formal korrekt ist. Und ich streite heute noch mit drei, weil sie immer noch von mir ein Geld haben wollen, obwohl ein Betrüger Handys gekauft hat auf meinen Namen. Und da finde ich etwas, was besser werden muss, der Schutz des Kunden im Online-Handel muss besser werden, sodass er nicht so leicht, genau, Sicherheit, nicht so leicht Opfer von solchen Sachen werden kann. Also ich habe gesagt, Sicherheit ist da das Thema und dort ist einfach das Thema, dass manche Unternehmen, nicht alle, aber manche, einfach sagen, Sicherheit ist mir einfach jetzt einmal nicht so wichtig, weil ich muss mich zuerst um mein Geschäft kümmern. Und das letzte gute Beispiel, das durch die Medien gegeistert ist, das kann man heute, glaube ich, sogar online nachlesen, war Yahoo. Und Yahoo scheint es mit der Sicherheit weniger genau genommen zu haben, weil man halt ohnehin geschäftliche Probleme hatte. Das heißt, dort muss einfach das Mindset her, dass Sicherheit ganz, ganz ein wichtiges Thema ist, weil wenn die Sicherheit nicht klappt, dann verliere ich meine Kunden. Weil du wirst jetzt auf drei auch nicht besonders gut zu sprechen sein, wenn da dort etwas passiert ist. Und wenn du nicht der Einzige bist, dann hat drei ein Geschäftsproblem. Und genau auf diesen Ansatz muss man ansetzen, weil das Einzige, was eine Firma interessiert ist, zahlt er sich unterm Strich aus. Wenn ich weniger Sicherheit mache und man tut der Geld einsparen, verdiene ich mehr Geld auf der anderen Seite trotzdem noch immer, ohne dass man die Leiter vorrennen. Außer, sie werden gesetzlich dazu gezwungen und es schaut auch einer drauf, dass das wirklich tatsächlich passiert. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Entweder es regelt der Markt oder es regelt der Gesetzgeber. Wir sind jetzt eigentlich schon über der Zeit. Kurze Wortmeldung, beziehungsweise falls es auch bilateral abzuklären wäre, aber sonst, ja. Ich wollte nur ganz kurz ein Beispiel nennen, wie sich Handelsketten anpassen an diese Online-Welt. Typisches Beispiel ist Ikea, die an sich ihre Gebäude so bauen, dass man nicht genau dorthin kann, wo man hin will, sondern dass man durch das ganze Gebäude durchgeführt wird. Es gibt Abkürzungen, aber das findet man als Eingeweiter nicht. Und gleichzeitig haben sie seit kurzem einen Online-Shop eröffnet in Wales, der so funktioniert, man bestellt online, er fährt, wann es dort lagern ist, fährt hin und holt das. Und dort gibt es kein großes Haus mehr. Oder St. Pölten, Entschuldigung, nicht Wales. Ich möchte teilweise an die Frage der Dame anschließen, nämlich, ich kaufe gerne, ich suche gerne technische Artikeln im Internet und habe aber sehr oft das Problem, dass diese im Internet diese Artikel nur in Deutsch, hauptsächlich in Deutschland, angeboten werden. Und ich würde viel lieber in Österreich einkaufen für die österreichische Wertschöpfung. Und jetzt aus Ihrer Sicht, wie könnte man österreichische Firmen motivieren, ins Internet zu gehen, denn die haben das ja am Lager. Kurze Antwort darauf, also die Frage ist, gibt es nicht eh wen, der das hätte und finden es nur nicht. Also ein gutes Beispiel hat man gehabt, beim IDF von der Wirtschaftskammer, gab es eine Referentin, die gesagt hat, sie hat einen Krauthobel gesucht, wo man denkt, also Wien, Sauerkraut, das machen wir eigentlich, müsste man ja finden. Und sie hat gesagt, sie hat dann eben über, das einzige Krauthobel, das sie gefunden hat, war über irgendwie einen Händler in Deutschland draußen, gefunden über Amazon und den hat es halt dann bestellt. Das Thema ist, es gibt sicher in Wien einen Händler, vielleicht sogar einen, der er online anbietet, nur finde ich ihn denn. Und das Thema ist natürlich, Amazon ist ja nicht nur ein Online-Händler, sondern er ist auch eine Suchplattform für ganzer, ganzer Haufen andere Online-Händler, die über ihn anbieten. Das heißt, für die österreichischen Händler war es natürlich auch ganz, ganz spannend, dass er seine Angebote auch über Amazon anbietet, gerade bei ausgefolgernden Produkten. Weil dort gibt es ja gar nicht so viel, die das anbieten und auch wenn es ein bisschen teurer ist, dann kann ich es lokal auch bestellen, weil er ist eh der Einzige, der so etwas vielleicht anbietet. Ja, bei Amazon kommt ja in letzter Zeit, haben wir schon gesehen, nicht das Billigste als erstes, sondern der bevorzugte Händler. Und wenn man da irgendwann unterstrollt, kommt man zum Billigsten erst, der vielleicht auch regional bei uns ist. Ich sage auch noch ein Wort drauf, Amazon bevorzugt Amazon Prime. Amazon Prime ist etwas, wo ich als Kunde der Kleinigkeit Zoll dafür, dass ich sozusagen ein besseres Service kriege. Und zwar nämlich relativ flott dann das Zeug zugestellt bekomme. Ohne Transportkosten. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass dann das Zeug auch bei Amazon lagern sein muss. Aber ich kann auch Amazon Prime anbieten als Wiener Händler. Nur muss ich halt dann 100 Kraut hobeln zu Amazon ins Lager legen, damit er es aus seinem lokalen Lager wegschicken kann. Das heißt, auch das ist möglich, nur ich muss halt diese Dinge nutzen. Die Frage ist halt bei Produkten, die sich ganz wenig verkaufen, macht es einen Sinn, wenn ich einen Kraut hobel im Monat verkaufe, dass ich 100 in verschiedenste Lager verteilt von Amazon lege? Wahrscheinlich nicht. Und damit bin ich nicht Amazon Prime und damit bin ich benachteiligt. Und vor allem das Spannende ist ja dann gerade bei Amazon, es gibt dann so viele Produkte, die dann wieder nicht nach Österreich geliefert werden. Dann suchst du es raus, dann klickst du es an, hast es in Waren gehabt, wirst du es zahlen und dann der Schmarrn kommt nicht. Ich glaube, das hat jeder schon von uns erlebt. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Also der nächste Block würde eigentlich schon, glaube ich, in sechs oder sieben Minuten starten. Ich glaube, vielleicht auch noch ein anderes Gegenbeispiel, weil der jetzt zu viel gehört als in Deutschland. Mich als Beispiel. Ich habe eine Spezialbatträt gesucht für das Blinkrücklicht meiner Frau und bin auch zu Amazon gegangen und habe da unten eine Werbung gesehen, batterien-austria.at, also ein österreichischer Händler, der, glaube ich, in Klagenfurt sitzt und auch Batterien und Akkus verkauft. Ich habe da draufgeklickt und bin seitdem für alle exotischen Batterien und Akkus dort Kunde und kaufe jetzt nur mit direkt bei diesen Händlern. Ja, der sitzt wirklich in Österreich. Der hat auch ein Auslieferauto für städtische Gebiete und dergleichen im Web und österreichische UID, alles, ja. Bei Batterien, wo ist man das auch passiert, wozuende Kassenkohl draufkippt und wenn der Batterienanteil stattfand. Viele sind eigentlich nur AT-Adressen und man kommt auf eine DE-Seite, aber das ist wirklich ein österreichischer Händler und das funktioniert wirklich mit der Auslieferung und mit allen wirklich pipi-feiern. Und das geht jetzt nur mehr direkt. Ein anderes Beispiel auch noch vielleicht ganz kurz speziell für den Fashion-Retail-Handel ist vorgestellt worden ein neues Projekt von Kohl. Das ist eine amerikanische Fashion-Kette, so wie Kohl-Markt, nur ohne Markt. Und die haben folgende originelle Idee, die mir sehr gut gefällt. Wenn man irgendwo etwas anprobiert und man ist in der Umkleidekabine und kommt drauf und man bräucht das eigentlich in einer anderen Größe, dann ist das natürlich blöd. Jetzt hat man sich vielleicht auch noch angestellt und jetzt muss man wieder zurückgehen und das holen. Und die haben Displays angebracht über sämtliche Ware, die sie haben, inklusive der Verfügbarkeit und der verschiedenen Farben. Und wenn ich dort mit einem T-Shirt in das Medium hineingehe, dann habe ich da drinnen einen Scanner mit einem Tag auf dem Textil drauf. Sagt, das habe ich jetzt anprobiert und zeigt das Display an, in welchen Farben gibt es das noch und in welcher Größe. Und wenn ich eine andere Größe haben will, dann gehe ich auf den Touchscreen drauf und dann kommt das Personal, holt das vom Ständer oder vom Lager und bringt es in die umklärte Kabine. Und die haben einen sehr großen Zustrom zu dem jetzt, weil es ein super Service ist. Man braucht weniger, aber für mich ein gutes Beispiel, wie eigentlich der Handel, wo ich sage, ich möchte es anprobieren, eigentlich diesen Weg, dass ich sage, es wird ein angenehmes Einkaufserlebnis eigentlich da bereichern kann. Jetzt muss ich noch schnell was dazu sagen. Es gibt schon Bildschirme, die schauen wie ein Spiegel aus und wenn man sich davor hinstellt und mit der Kamera gefilmt und kann sich dann schon virtuell schauen, wie man ausschaut, wie man das andere Quant anzieht. Also ich brauche es nicht einmal ausprobieren, die anderen Farben, sondern ich kann mir es am Bildschirm auch anschauen, wie ich da im Spiegel ausschaue. Da ist überhaupt kein Problem, denn Sie wissen, es gibt ja gekrümmte Bildschirme von Samsung und LG. Inklusive Schönheits-OP und Vorhersage. Ich schaue jetzt gerade die beiden Kollegen an, weil wir sollten ja nicht vergessen, noch unserem Kooperationspartner Wirtschaftsagentur noch einmal zu danken für die Verpflegung heute, für das herrliche Essen und für die Getränke. Auch noch einmal, glaube ich, von unserer Seite auch herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.